Folge 5 von gruseligen Dan Schneider-Momenten Dan Schneider ist der Produzent von beliebten Nickelodeon-Sendungen wie Aikali und Victorious. Dan Schneider besitzt einen ganz speziellen Fetisch. Füße. Das alleine wäre wohl nicht weiter schlimm, doch er hat seinen Fußfetisch dermaßen übertrieben in seine Sendungen eingebaut, dass es einfach nur noch ziemlich abartig und krank ist. In extrem vielen Szenen bei Aikali, Victorious, Sam & Cat und so weiter kommen in irgendeiner Weise Füße vor. Manchmal sogar wirklich absichtlich so, um seinen Fetisch zu befriedigen. Wie zum Beispiel hier, wo sich Ariana ihre Füße selbst in den Mund schiebt. Oder hier, wo Miranda mit ihren Füßen mit dem Wasserhahn spielt. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich denken, was der Wasserhahn darstellen soll. Es gibt sogar Tweets, wo Dan Schneider im Namen der Sendung Fußfotos von den Zuschauern will. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Fußfotos dort von sehr jungen Mädchen eingesendet wurden. In zahlreichen Foren schreiben auch junge Mädchen, dass Dan Schneider ihnen 100 Dollar geboten hat, wenn er ihre Füße basieren darf oder ihre Füße kitzeln darf. Natürlich galt das Angebot nur jungen Mädchen. Und zu guter Letzt, schaut euch mal das alte Nickelodeon-Logo an. Selbst da hat er seinen Fetisch eingebaut. Was meint ihr zu dem Thema? Schreibt sie in die Kommentare und macht das Plus weg und herzt das Video, wenn ihr noch eine Folge 6 sehen wollt. Mehr gruselige Videos gibt's auf meinem YouTube-Kanal Müttenakte. ihr könnt ihr euch klüfft. Und dann schreibt sie in die Kommentare und konflict. Untertitelung des ZDF, 2020